Meine Güte, das dauert. Ich glaube, das nicht, oh man, 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 mit Mertet in der Vorn. Grünkernfrikadellen, Grünkernfrikadellen, das ist auch wieder teuer. Ach, nee, 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 muss ich auch noch zum Friseur. Wenn Oma das nächste Mal meckert, schmeiß ich sie raus. Dann zahlt er auch noch mit EC-Karte, ich glaub es nicht. Sehr geehrte Kundschaft, aufgrund eines kleinen technischen Problems müssen wir unsere Kasse 1 jetzt leider vorübergehend schließen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Entschuldigung, würden Sie mich vorlassen? Ja, natürlich, Sie haben ja auch viel weniger als ich, bitte. Danke, danke. Sehr geehrte Kundschaft, aufgrund eines schwerwiegenderen Problems müssen wir nun auch leider unsere Kasse 3 vorübergehend schließen. Wir bitten nochmals um Ihr Verständnis. Vielen Dank. Was machen Sie denn da? Ja, also Moment mal, also 1 lasse ich ja gerne vor, aber 2, also ... Also Moment, ich stehe ja hier auch schon die ganze Zeit, ja? Ähm, verehrte Kundschaft, äh, leider müssen wir aufgrund eines noch sehr schwerwiegenden Softwarefehlers einen vollständigen Reset unseres Kassensystems vornehmen. Und aus diesem Grunde bleiben die Kassen, äh, für wenige Minuten vollständig geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Also, das darf doch wohl nicht wahr sein. Gucken Sie mal hier. Sehr viel, ja, 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 wirklich alle Kassen zu. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Vielen Dank. Sehr geehrte Kundschaft, unsere Kassensysteme sind vollständig wiederhergestellt und werden Ihnen in wenigen Sekunden bereits wieder zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Meine Güte, das dauert. Er gläuftet nicht, oh, mein, 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 mein mitmachtet in der Vorne. Grünkernfrikadell, Grünkernfrikadell, das ist auch wieder teuer. 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 Grünkernfrikadell, das ist auch wieder teuer.